Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute ist der Gregor bei mir und wir haben heute ein kleines Easter Egg auf der Map Nuketown für euch. Jep. Ähm, für das Easter Egg müsst ihr in zwei Minuten die ganzen Köpfe von den Puppen abschießen oder abschlagen. Was dann passieren wird, werdet ihr sehen. So, eine habe ich schon. Den zweiten. Und zwar, ähm, werden die Puppen zu Leben erwachen und müssen dann gegen die Ankämpfe zählt leider nicht als Kill, aber die Fähigkeiten füllen sich auf. Und, ähm, es wird auch ein Glockenton, äh, ein Glockenton, Ton, komm, ja. Ähm, das sagt dann einem halt, dass es funktioniert hat. Ja, also, dass man alle Puppenköpfe runtergeschossen hat. Wieso, ich glaube, wir haben es fast geschafft. Nur noch der hier. Ja, da ist noch einer. Naja, einer fehlt noch. Ist bestimmt wieder einer bei mir. Ich guck kurz. Ja, der da. Ne, sogar zwei hast du verfehlt. Ja, den verfehle ich auch immer. Du hast drei verfehlt, einen ganz offensichtlichen dahinten sogar. Wo denn? Vier. Guck mal. Den hast du auch überseht. Loi, oh. Und welchen noch? Ich guck mal kurz hier drin. Der Blindfischer ist am Start. Ansonsten, ach, das ist, glaube ich, alle. Da fehlt unten noch einer. Ah, hier, bei dir. Ah. Oh ja. So. Und wie ihr seht, die Puppen haben sich jetzt verwandelt. Das ist jetzt quasi wie so eine kleine Zombie-Runde. Ja. Ähm, das geht jetzt so lange, wie ihr den Timer eingestellt habt von der Runde. Und das kann man eigentlich ganz gut mit Freunden zusammenspielen. Oh. Da ist einer wieder gespawnt. Pass auf. Und. Und die machen so viel Damage. Zeug, ich denke, und du bist eigentlich weg. Tomahawk Action. Tomahawk. Tomahawk. Oh mein, kein Tomahawk jetzt. Weg von meinem Tomahawk. Oh, 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 oh. Die sind zu mächtig, die Viecher. Wow. Ja, also die Kills, die zählen nicht, aber dafür die Punkte für den Spezialisten. also für die Fähigkeit die Scheiße Alter hier ist ja ein Leichen wow 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 Leichenberg wollte ich grad sagen und der Gregor und ich wir werden auch noch ein paar Zombie-Videos aufnehmen demnächst diese oder nächste Woche erscheinen und hier ich will noch kurz meine Ulti aufladen dauert nicht mal lang achso ja meines hab ich schon also Sichtpuls meine ist auch gleich bereit wow 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 ey Freundchen was hast du denn gedacht so hier nicht ne und jetzt geht's gleich los mit der Sense nein das war's dann auch ich würde sagen danke fürs Zuschauen und wenn ich euch das Video gefallen hat gib einen Daumen hoch besucht auch mal den Kanal von Lukas und ja bis zum nächsten Mal ciao ja das war's dann auch von mir ich schau bei dem Gregor mal vorbei und dann würde ich auch sagen bis zum nächsten Mal und ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal